Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Mittwochnachmittag hier bei wetter.net. Ja, heute gibt es ja verbreitet sehr viel Sonnenschein, auch jetzt zum Nachmittag, vor allen Dingen im Westen, Südwesten und Süden. Da lacht die Sonne nahezu vom wolkenlosen Himmel herab, im Norden und Osten dagegen noch dichtere Wolkenfelder. Wie sieht es bei euch aktuell aus? Viel Sonnenschein oder eher trüb und grau? Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar hier unter diesem Wettervideo. Ja, und so könnte die Wetterlage an diesem Samstag aussehen. Richtig turbulent, in den höheren Lagen quasi nochmal Schneesturmpotenzial. Es gibt nämlich eine sehr wechselhafte Wetterlage, eine Kaltfront, bringt Gewitter, in den höheren Lagen Schneeschauer und dazu immer wieder einzelne Sturmböen. Also eine richtig unangenehme Wetterlage, quasi ein vorgezogenes Aprilwetter und das macht den Samstag so richtig spannend. Doch der Reihe nach. Schauen wir uns erstmal die aktuelle Wetterlage anhand des Strömungsfilms an und wir sehen, dass Hoch Margarete liegt noch bei uns über Mitteleuropa und über Deutschland. Die Luftmassen teilweise mal ein bisschen wärmer, teilweise mal ein bisschen kühler, aber hier vom Atlantik, da nähert sich schon das Ungemach und das wird uns am Samstag erreichen. Diese Kaltfront bringt uns dann zum Teil dieses sehr durchwachsene Aprilwetter. Der Blick auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Heute mal kurzzeitig so eine Wärmezunge bis bei uns hier in Deutschland drin. Deswegen auch heute im Südwesten Temperaturen 16, 17 Grad in der Spitze. Also eine richtig schöne Frühlingswärme. Frühlingswärme. Später ziehen sich die warmen Luftmassen wieder ein bisschen weiter nach Südeuropa zurück. Und hier am Bildrand, da erscheint die Abkühlung, die Kaltfront, die uns am Samstag dann einmal überqueren wird. Ja und diesen Samstag schauen wir uns gleich mal an. Zunächst aber der Blick auf die bisherige Märzbilanz stand bis gestern 23. März. Daher hat der März eine mittlere Temperatur von 3,2 Grad. Bezogen allein bis zum 23. März ist das 0,3 Grad wärmer als das Klimamittel zu dieser Jahreszeit. Bezogen auf den gesamten Monat sind wir allerdings 0,3 Grad unter dem alten Klimamittel von 61 bis 90. Nach dem neuen Klimamittel ist der März aber aktuell deutlich zu kalt. Beim Niederschlag gab es bisher 42 Millimeter Niederschlag und das sind 75 Prozent vom langjährigen Klimamittel. Beim Sonnenschein, da haben wir bisher 83 Stunden geschafft und das sind 74 Prozent vom langjährigen Klimamittel. Ja beim Niederschlag gibt es noch ein kleines Fragezeichen, ob der die 100 Prozent noch erreichen wird. Das sind die Niederschlagsummen bis zum nächsten Mittwoch, bis zum 31. März, bis zum letzten Märztag. Und da fällt verbreitet kaum noch was vom Himmel. Vor allem hier in der Mitte, im Westen, im Südosten und auch teilweise im Nordosten im Mittel gerade mal so ein bis 5 Millimeter Niederschlag. Nur im Nordwesten und Norden, da kann es nasser werden mit 20 bis teilweise 30 Millimeter Niederschlag. Aber sonst im großen Rest, da bleibt es bis zum Monatsende überwiegend trocken. Da kommen nur noch hier und da mal ein paar Tropfen runter und die fallen meistens alle am Samstag in Form dieser Regenschauer. Beziehungsweise in den höheren Lagen sind es dann auch einzelne Schneeschauer. Die Wetterkarte von heute Mittwoch, die zeigt Deutschland quasi ein bisschen zwischen den Stühlen kalte Luftmassen östlich und auch westlich von uns. Hier mittendrin so ein bisschen Warmluft hat es dank dem Hoch Margarete bis zu uns geschafft und deswegen wie gesagt heute im Südwesten Temperaturen 16, 17 Grad Richtung Oberrhein. Morgen am Donnerstag dann schon wieder Kälte in 1500 Metern Höhe. Die Temperaturen leicht im frostigen Bereich und diese Warmluftzufuhr wird erstmal unterbunden. Wir gucken auf den Freitag und da sieht man schon, da nähert sich dieses Ungemach, was uns eben am Samstag erreichen wird. Die kalten Luftmassen rücken näher auf Deutschland heran und die warmen Luftmassen, die bleiben erstmal über dem westlichen Mittelmeerraum hängen. Vor allen Dingen Richtung Balearen und auch hier im Osten Spaniens wird es mal richtig warm werden, teilweise mit sommerlichen Temperaturen. Ja und dann am Samstag ist es soweit, die Kaltfront zieht einmal über Deutschland hinweg, einmal ziehen diese kalten Luftmassen über unsere Region. Und da schauen wir uns jetzt mal an, was das für das Wetter am kommenden Samstag bedeutet. Am frühen Samstagmorgen, da kommen die Niederschläge im Westen Deutschlands an. Die Kaltfront, teilweise Wind dabei, Sturmböen in den höheren Lagen, in den höchsten Lagen, da geht der Regen auch in Schnee über. Und da gibt es zum Teil so ein bisschen Schneesturmleit, viel Wind und eben auch immer wieder Schneeschauer. Und das Ganze zieht dann im Tagesverlauf bis zum Mittag weiter über die Osthälfte hinweg. Dahinter gibt es immer noch einzelne, zum Teil kräftige Regenschauer. In den höheren Lagen immer wieder auch Schnee und Graupelschauer, also so ein richtig klassischer Aprilwettertag. Das hat eigentlich mit schönem Frühlingswetter so gar nichts zu tun. Aber bis zum Samstagabend, da ist der Spuk dann vorbei. Die Niederschläge lassen nach, dahinter reißt der Himmel auf und die Sonne kommt teilweise zum Vorschein. Wir blicken dabei auch noch auf die höchsten Windgeschwindigkeiten am Samstag, denn wenn die Kaltfront durchzieht, gibt es zum Teil ordentlich viel Wind. 70 bis 75 Kilometer pro Stunde sind da drin, stellenweise auch mal bis zu 85 Kilometer pro Stunde bei kräftigen Gewitterschauern. Denn da gibt es eben auch immer wieder Blitz und Donner mit dabei. Und genau wenn diese Schauer und Gewitterschauer durchziehen, dann erwarten wir die stärksten Windentwicklungen. Der Schwerpunkt wahrscheinlich hier irgendwo entlang des Mainz, auch teilweise in der Mitte Deutschlands. Da wird es also am Samstag in Sachen Wind ganz schön ruppig werden. Weniger ruppig werden die Temperaturen ausfallen am Samstag. Heute wie gesagt im Südwesten 16, 17 Grad. Am Samstag maximal am Oberrhein noch bis zu 10 Grad. Sonst bleibt es noch ein ganzes Stück kühler. 7 bis 8 Grad in der Mitte und im Norden. Im Südosten Werte bis zu 9 Grad. Und im Alpenraum teilweise Temperaturen nur knapp um oder über 0 Grad. Also der Samstag bringt nochmal einen richtigen Kälterückfall. Aber danach geht es langsam aber sicher bergauf. Wir schauen uns mal die Wetterkarte für den Sonntag an. Noch ein bisschen Kälte ist in der Höhe vorhanden in 1500 Metern Höhe. Aber die wird zum Montag weg transportiert. Und dann ist der Weg frei für warme Luftmassen hier aus Südwesteuropa. Die ziehen über Spanien, Frankreich bis zu uns nach Deutschland. Und diese Warmluftzufuhr, die verstärkt sich noch zum Dienstag. Da ein neues kräftiges Hoch ist da. Die Wärme strömt zu uns nach Deutschland. Und das heißt, dann sind punktuell auch mal im Südwesten am Oberrhein bis zu 24 oder 25 Grad möglich. Also nächste Woche noch vor Monatsende der erste Sommertag des Jahres 2021 möglich. Und auch der Mittwoch bringt dann viel Wärme bei uns in Deutschland in 1500 Metern Höhe. Teilweise über 10 Grad im Südwesten und Süden des Landes. Und das heißt, in den Niederungen sind noch mal Top-Temperaturen von bis zu 24, 25 Grad entlang des Oberrheins möglich. Aber auch im Rest des Landes, da müssen wir am Dienstag und Mittwoch mit Sicherheit nicht frieren. Die Temperaturen erreichen auch dort 16 bis 22 oder teilweise 23 Grad. Und von Montag bis Mittwoch bleibt es überwiegend trocken. Schönes Frühsommerwetter, möchte man fast schon sagen, im Südwesten des Landes. Im Rest des Landes voll Frühling. Nur im Norden, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da kann auch am Mittwoch mal der ein oder andere Regenschauer vorbeiziehen. Also ein paar Wolken können hier mal vorbeikommen. Und da fällt vielleicht auch mal ein Regentropfen. Aber diese Entwicklung ist noch ein bisschen unsicher. Ja, wie geht es danach weiter? Schauen wir uns mal die Ensemble-Vorhersage an für Frankfurt am Main mit den 2-Meter-Temperaturen. Bis zum 9. April in den kommenden Tagen bleibt es erstmal ein bisschen wärmer in Frankfurt verglichen mit dem Klimamittel. Das ist die rote Linie. Dann nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch auch Richtung Frankfurt sehr warm. Teilweise in der Spitze bei einzelnen Berechnungen über 20 Grad. Doch danach beginnt der große Unsicherheitsbereich. Also das schöne warme Osterfest ist noch keinesfalls sicher. Aber wir haben ja schon mehrfach gezeigt, da gibt es eine Grenzwetterlage zu Ostern. Wir haben sehr kalte Luftmassen über dem Nordosten, sehr warme Luftmassen über dem Südwesten. Und es ist immer noch nicht klar, welche Luftmasse hier die Nase vorn haben wird. Und deswegen auch diese riesigen Temperaturunterschiede in der Prognose für die Zeit über Karsamstag bis Ostermontag. Da gibt es einzelne Berechnungen, die gehen rauf auf knapp 20 Grad. Andere sogar, die liegen nur bei 5, 6, 7 Grad als Tageshöchsttemperaturen. Da ist also immer noch eine große Unsicherheit mit im Spiel. Der Mittelwert liegt irgendwo bei 10 Grad über die Osterfeiertage nach der heutigen Berechnung für die Ensemble-Vorhersagen für Frankfurt am Main. Also beim Osterwetter, da müssen wir immer noch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Wie geht es weiter nach Gründonnerstag? Da ist die Wetterlage einfach noch ein bisschen unsicher. Und da müssen wir uns noch ein klein wenig in Geduld üben. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Mittwoch.